Und ja, Hype hat es geschafft. Das ist wirklich meine Lieblingsgeschichte, zumal ich selbst daran teil hatte. Und was dann? Ich könnte euch sagen, dass alles wieder friedlich wurde, dass die Natur ihr Recht zurückbekam, dass Hype und Viola das Volk zur Höherung inspirierten, aber zu welchem Zweck? Nun, seht selbst. Gibt es eine Moral zu dieser Geschichte? Etwas wie, bleib stets demütig und das Leben lacht dir zu. Das Grote beginnt zuerst in jedem von uns. Naja, ihr müsst nur wissen, dass Hype, Viola und das Volk wussten, wie sie die verlorene Zeit einholen konnten. Diese Zeit, die so schnell vergeht. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin es, der sich darum kümmert. Ich bin es, der sich auch gegründet. Ja, ihr müsst. Ich bin es. Ich bin es. Ich bin es.